Der Main Support-Gord ist Back am Stiesel mit einem weiteren Hextech-Pack-Opening. Heute werden mal wieder zwei Champion-Cups geöffnet. Olaf. Singed. Gold Sensen. Ja, ist jetzt nicht das Allerbeste. Aber naja. Mordekaiser. In Mordekaiser sehe ich ihn in letzter Zeit so oft als AD Carry. Ja, der hat mir das letzte Mal mein komplettes Game zunichtiger gemacht. Alistair. Ja, den spiele ich in letzter Zeit ziemlich gerne. Soraka. Auch nicht schlecht. Und 270 Uploi Senzen. Das war mal eine geile Kiste. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und bis zum nächsten Mal.